I've given into your touch, I can never get it back, diving deep into my own shine. Yo Storm hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Entweder-Oder-Oder-Of-Meinem-Kanal-Meine-Freunde. Und ja, ich habe heute einen Gast dabei, stell dich doch mal vor. Jo Leute, was geht? Ich bin es wieder, ich komme zu einem neuen Video auf dem Kanal von Storm. Genau, und Jungs, wir haben auch eine Folge für seinen Kanal aufgenommen. Wer wäre denn nice, wenn ihr seinen Kanal auscheckt? Genau, würde ich sagen, fangen wir einfach gleich an mit der ersten Frage. Würde ich sagen, ich starte einfach. Okay, also, nie wieder kacken und pissen müssen oder nie mehr schlafen? Nie wieder kacken und pissen oder nie wieder schlafen? Ich würde auf jeden Fall, okay, das ist ein bisschen kopfweg, nie wieder pissen und schlafen. Äh, nein, pissen und kacken. Weil, ich finde, schlafen, keine Ahnung, das ist irgendwie, weil kacken braucht sowieso keiner. Pissen auch nicht. Das geht richtig auf den Sack, wenn man so ein langer Autofan, auf einmal muss man zum Pissen und nirgendwo suchen, eine Haltestelle oder so. Ja, ist so. Ja, ich würde, glaube ich, auch das nehmen. Okay, dann würde, ja, ist so. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu meiner Frage. Entweder ein Jahr kein Handy mehr oder ein Jahr nicht mehr zocken. Wow, das ist eine saugute Frage, weil mit dem Handy mache ich schon ziemlich viel. Ich glaube, dass ich da nicht mehr zocken machen würde, weil im Moment sind eh nicht so viele geile Spiele draußen, wo ich jetzt suchten würde. Also, ich würde sagen, ich nehme das nie wieder, also ein Jahr keinen Zocken. Ja, genau, ich würde das, glaube ich, auch nehmen. Weil auf dem Handy, da habe ich einfach WhatsApp und da kann ich auch Skype und so. Deshalb, ich habe da auch TS und so, deswegen. Die ganzen Kollegen und so. Ja. Wäre schon behindert. Okay, meine nächste Frage ist, entweder mit einem schwulen Sex haben oder mit einer Frau, die Aids hat. Och, du Scheiße. Alter. Aber so eine Frage kommt gleich auch auf dich zu, also mach dich schon mal gefasst. Ich kann doch nicht mit einer Frau bumsen, die wo Aids hat, Alter. What the fuck? Oh mein. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde lieber, ich habe gerade überlegt, ich würde lieber den Schwulen ficken. Ich kann auch keine Frau mit Aids ficken, Alter. Okay. What the fuck? Kommen wir, was würdest du nehmen? Alter. Das ist eine saukritische Frage, aber ich glaube, ich würde die jetzt am liebsten gar nicht beantworten. Oh mein Gott. Die Frage, hä. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ich würde auch das Erste nehmen. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Entweder du bläst, nein, deine Mutter bläst dir ein oder du fickst deinen Vater. Halt's Maul, Digga. Das ist nicht verarscht jetzt. Diese Frage, Digga. What the fuck, Alter? Was? Oh mein Gott. Diese Frage ist so fucking... Das ist so eine kopfwegfrage, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich würde... Ich würde fast das Erste nehmen. Auch wenn es richtig kritisch ist, aber... Ach. Du? Ich denke, ich würde auch das Erste nehmen. Ja. Ach du Scheiße. Ich würde auch das Erste nehmen. Oh mein Gott. Absolut behinderte Frage. Genau. Ich glaube, das war es dann auch schon. Und Jungs, auf jeden Fall seinen Kanal auch abchecken. Würde dich auf jeden Fall freuen. Und mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, was ihr an meiner Stelle geantwortet hättet. Schreibt es dann am Ende in die Kommentare. Und ja, genau. Du hast das Schlusswort. Ja, Leute. Das ist es für ein Video. Wie gesagt, wir haben auch ein Video auf meinem Kanal aufgenommen. Könnt ihr gerne abchecken. Und das ist es für ein Video, Leute. Haut rein. Peace. Und ciao.